Schnell so mit mir den Lien allein, aber nicht ganz alleine, Fallus an meiner Seite, boom. Watch the history, sagt er. Watch the history, sagt er. Ja, okay, watchen wir zusammen die history, komm. Profil ansehen, Spielüberblick, boom. Ja. Nett auch. Nett. Nett auch. Nett auch. Rekt. Rekt. Okay, jetzt haben wir hier Vorfühleffekt wahrscheinlich beim Fallus. Sral, Leoric, Lili, Walla. Alter, Level 7, Level 7. Ja, okay. Zwei Level 7er. Ja, das ist geil. Am Flennen, der Typ. Ah, du bist ja nur am heulen, bis du... So. vorbei jetzt hier ja wir sind gesagt sind gesagt ganzen Ablenkungen immer wie gesagt Leoric Lillivala Morales gegen Illidan Morales Thrall Jaina Rainer ich glaube könnte hart werden warum haben wir 2 Level 7 warum 2 Level 7 in der Hood 2 Level 7 Boys in der Hood ja alles klar alles klar stürzt euch auf sie und zeigt keine Gnade mögen die Geister uns leiten sie play well sie play well 10 Sekunden 5 3 2 1 Miem, Witze! Pisse, Pisse, Opa, wie Pisse! Miem, Witze! Elemental Light Alter, ich verstehe keiner Elemental Light ... Jake ... Das war's für heute. Nein! Fah los! Ah, ah. Nooo one! Toll, Thrall gegen Thrall. Ist ja voll der Sock. Alter, jetzt bin ich in der Mitte, jetzt kommen alle Mitte, Junge. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Elemente leiten. Jetzt ist wieder keiner top. Ich werde so schnell wie möglich zurückgehen. Für die Horde. Ja, wir werden extreme XP verlieren. Nein. Ah, keine Mana an Nix, Junge. Ich komme nicht dazu wegzugehen, weil ich ständig irgendeine Lane machen muss. Das bringt einfach nichts, ich habe keine Mana Oh, die sind so low, baby, low, baby, low, baby, nice, nice, nice Sehr schön gemacht von Phallus und den Randoms natürlich auch Okay, jacke, oh, jacke, immer weiter Alter, ist jetzt keiner mehr beim Tempel, Junge? Kennen die alle, oder was? Oh no, they sleep too much They haven't sleeped enough Oh, 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 jetzt wäre alles, wäre schön gewesen Hätte, hätte, Fahrradkette, keiner ist Mitte, keiner ist irgendwo Na, kann ich nichts machen Er ist ein Mal gestorben Nice air, Lily Yep, sehe ich genauso So 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 Alter, das war ein geiler Morales Move. Tschüss Waller, tschüss. Keiner ist Mitte. Keiner, ey. Hey, wenn ich Mitte gehe, verfolgen die mich alle, Junge. Wie willst du so Lane XP machen? Alter. Ich hatte mehr erwartet. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Schon bald werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Nein, die Möpse noch, Junge. Und Illidan, Junge. Dreck. Ich hätte das 1 gegen 2 gewonnen, aber es war ein 1 gegen 3. Bitte. Ping, ping. Hallo, so doll Zeit raus. Wow, der war nice. Der war nice. Der war nice, muss man sagen. Good job. Alter, was ist denn da los, Junge? Bleiben nur drin. Einer gegen alle. Oh, oh. Es ist ja nicht einer, aber 2 oder 3 gegen alle. Und der Rest ist irgendwo, aber nicht beim Team. Einer gegen alle. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sie liegt im Trümmer, Händen! Und Ehre! Sieg mehr, die Zwolle! Fantastisch! Fiel und Ehre! Und Ehre! Und Ehre! Und Ehre! Oh! 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 No mana, no wind eh! Sorry, sorry guys! Oh! 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 Ja, die werden jetzt wahrscheinlich einen Boss machen, das ist richtig. So, Lilly, ne? Opfer dich auch nochmal! Frank! Da kein Problem! Opferlust! Ah! Tropfsteinhüllen, Tropfsteinhüllen! Blockhüllen, Blockhüllen! Best Team! Oh, ja. Oh, ja. Juck! Ah, ne, ja! Was ist denn das für eine Sprache eigentlich? Würde ich gerne mal wissen. Um dann zu sagen, Yo, Jaggeis! Oh, ein Medivac. Wohin fliegt er uns in welches Verderben? Schauen wir mal. Oh, er warte bis es abläuft. Okay, dann ist es schon zu spät. Oh, mein. Tschüss, Lili. Tschö, Valla. Ah, das ist klar. Ich kehre bald wieder. Ich habe mir sagen lassen, das wäre so die Standards gelungen auf einem hohen Niveau. Aber, was willst du tun? Na ja, was willst du tun, ne? Kann ich mal gewinnen. Kann ich mal gewinnen. Bis der losfliegt, Junge, der weiß hoffentlich schon, dass man den Knopf drücken kann. Der Gegner greift eure Zitadelle an. Tja, ähm, verschwinden wir von dir. Eladan macht fertig jetzt. Ihr wurdet besiegt. Kannst nichts machen. Level 7 Boys in the Hood. Ja, ohne denen jetzt nur die Schuld zuzuschieben, aber... Weiß ich nicht. Die ganzen Male davor hat es auch gut geklappt. Check the Score. Das waren die beiden Level 7 Boys. Was willst du machen? Check the Talents. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis bald.